Musik 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 Marv, willst du den Automaten nicht auf den Rücken schneiden? Das wär doch was Ey, so ein Mann mit Stil wie ich, der muss auch ordentlich shoppen gehen Guck mal, wie hässlich das jetzt aussieht, Kreis Ey, gerade war es hier doch alles richtig modern Was habt ihr gemacht? Das ist cool, voll der geile Ausblick, so Extrem sexy, da hinten die Berge Wer schießt denn hier? Ich Warum machst du das? Ich versuche immer alles Mögliche Das müssen wir jetzt hier machen, beobachte die Trachtkäfer Die Varkis werden nur kreischen, wenn du sie ansenkst Wir müssen sie an... Okay, wir müssen sie grillen Wir müssen die grillen, grillen Schlecht Wortwitz Schlecht Wortwitz Anzünden, um unseren Mann zu wecken Und hier, anzünde doch mal die Zierten noch Die sind viel zu schnell tot War ja nicht ein Klammwerfer Oh, hier Viele betrachten diese Kreaturen als reines Kalonen Ausgewachsener Pott Oh, das ist ja ekelhaft Boah, das ist ja ekelhaft Mach es tot, ey Mach es tot, aber boah, das ist eklig, ey Ich sollte sterben Wach ist tot, ey Wie sie... Oh oh Oh, ich bin gleich tot Oh Komm her Uh Oh Ich brauche noch ein paar weitere Proben Vorgehensweise wie gehabt Bring sie zum Verducken Dann fasse sie in eine Initiative und töte sie Viel Glück Alles klar Bring sie zum Brennen Ein paar anzünden hier Aua, mir ist voll einer ins Gesicht geflogen Wie unhöflich Wie frech Da ist eine Feuermelone Ihr müsst sie zündeln Oh Heiß, heiß, heiß Haben wir überhaupt eine richtige Feuerwaffe? Ja, ich Ich habe auch eine Ja, dann injektiert doch Können wir nicht irgendwas injektieren? Ich weiß nicht Die brennen jetzt, aber sie müssen ja irgendwie sich verwandeln Ja, wir müssen denen eine Injektion verpassen Ja, aber die müssen sich verwandeln in so ein komisches Ding Und dann kannst du denen eine Injektion geben Warten wir vielleicht mal ein bisschen Ah ja, jetzt ist sie tot Sie knuspert doch Alle sind so ein bisschen knusprig hier Alle sind hier gut durch Oh, ich glaube jetzt wäre sauer Der Tierschutz Der Tierschutz, ja Hat uns beobachtet Mordecai Oh yeah Yeah Bloodwing So laut So wütend Oh Mordecai hat zum Alkohol gegriffen So tot Oh oh Hey Kamerjäger Willkommen bei den Crimson Raiders Tut mir leid, dass du mich erst wecken musstest Ich habe wohl ein bisschen zu heftig gefeuert Nach dem Bloodwing und ich gestern ein Hyperion Convoi überfallen haben Ich habe hier noch so eine Ich habe hier noch so eine Oh 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 Ich bin gleich tot Ganz ruhig Mädchen Also Also Ein Hyperion Zug Krass durch den Tundra Express Wenn meine Infos stimmen Und das tun sie für gewöhnlich Ist der Kammerschlüssel mit an Bord Mein Rat Tu was ich tun würde Stiehl den Schlüsse Okay wir müssen noch weitere mutieren lassen Oh und der Blattrücken Oh 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 Hier hinten Ich wollte so ein Ja Ich habe da auf den Knopf gedrückt Und dann nach oben geguckt Und eine Flamme duschen Bereits für Action Es sind keine mehr hier oder was Haben wir jetzt alle getötet Warum war das Warum hat das jetzt nicht geklappt Ich habe jetzt nur eine von vier Proben Wir haben doch schon zwei eingesammelt oder ne Die erste war extra Achso Spezialprobe sozusagen Mal hier umschauen Wow Ich wurde weggebuckt vom Harf Ja sowas Von meinem stylischen Hut Der hatte ich einfach weggekickt Buckt der mich einfach an die Seite Mhm Backe Backe Kuchen Eine Kiste Eine super duper Kiste Eine super duper Kiste Super duper Kiste Super duper Irgendwer schießt da mit einer Sniper Bestimmt Mordecai Ja Mordecai Sniper da oben rum Oh Weißer Crap Hier unten müssten noch Monster von denen sein bestimmt Hier sieht noch so Käfer mäßig aus Käfatz 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 Ey schau mal da Was kommt denn da hinten für ein Typ Hier sind noch Käfers Okay ich sammle jetzt die ganzen Käfers an der Feuermelone Und dann macht die Feuermelone Boom und dann verbrennt alles Und jetzt müssen wir denen irgendwie eine Injektion geben Ja du musst warten bis die sich verpuppen Das ist der Witz Nicht schlecht Nicht schlecht Sie verbrennen Boah wie das hier alles runter läuft So und jetzt sollen wir immer noch warten während sie am Braten sind oder was Ja da brennt doch nix Die müssen sich dann irgendwie Die, 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 die morfen dann so Die morfen Tempomorfen Mal gucken jetzt wer sie noch ein paar finden Ja So die brennt jetzt So lass sie mal hier brennen Lecker lecker Knusprig Und hat sich nicht gemorpht Ja die, die, die nicht alle morfen glaube ich Hier die ist gemorpht Jetzt habt ihr sie kaputt geschossen Das war schlecht Das ist doch, ne das ist ein ausgewachsener Ihr müsst, ihr müsst den, ihr müsst den Hier wächst doch was der iPod Genau und jetzt E drücken Hab ich, der Pod wird wachs So ein echter Boss Viking ey Woll der denn jetzt hin Was ihr seht ist Modrosch Der Tod ist ein schlappisch Aua Was hat mich getötet? Ich werde dich retten Das Viech hier wahrscheinlich Wie der lacht hier Wie der hier im Panzerker Modus unterwegs ist So, schön Was liegt da? Was liegt da? Schotti Schotti 72 x 14 Höchst effektiv gegen Panzerhofen Schotti Also meine macht 65 x 13 Die ist besser Hier, da stehen Korrosionsschaden dran, Kreis Nur nebenbei Das war das Thema von vor ein paar Stunden Ich erinnere mich nicht Ich nehme die einfach mal mit Ich erinnere mich nicht Das sagen sie hinterher alle Ja Mir kann keiner was nachweisen Wahrscheinlich als ganzer Unfall würde ich gewinnen Das dauert ganz schön lange hier Ja, ich weiß nicht was hier das Geheimnis ist Das Gag lecker Ich brauche ja mal ultralange zum nachladen hier Keine Bewegung Ich habe mal einen Helikopter vom Himmel geholt Römms Der ist der Zug lang gefahren Ja, aber da müssen wir noch nicht hin Wir sind schon bereit Oh, hier ist eine Quest Morden ist menschlich, vergeben ist göttlich Wenn du das hörst, dann hast du mich soeben umgelegt Willi der Bandit Bevor du mich umgelegt hast, habe ich meine besten Knarren in meiner Werkstatt deponiert Oh, geil Und da du mit dem Sieg über mich bewiesen hast, wie hart du bist Sollst du sie haben Wollen wir mal zur Werkstatt gehen Ja, erstmal jetzt hier die andere Quest Ja, aber das Problem ist Wir haben alle getötet, die für diese Quest auf dieser Map sind Das ist die hier Ich habe sie mal ausgewählt für uns Hm Also der Bereich ist ja recht groß Wir können auch da oben noch mal hingehen Wo denn? Hier oben Hier hinten Da vorne Uh, Geld Uh, Geld in Scheiße gefunden Das ist keine Scheiße, das sind Exkremente Ich weiß es auch nicht Ich will es auch Da hat irgendwas geflattert Oh, oh Einmal hier, Grille gut durch Schon ein bisschen angegrillt Du musst auch brennen Mit Du darfst ihn nicht mit einer Kugel töten, sondern du musst mit diesem Feuer sterben Oh hier, Iridium Ja klar, aber ich muss erstmal drauf schießen, damit die überhaupt anfangen können zu brennen Normalerweise Normalerweise Ist hier vielleicht irgendwo die Werkstatt, dass die sowieso gleich da ist? Die Werkstatt war hier, ich habe es mal auf der Karte markiert, nebenbei, neben der Quest Hm Das ist ja blöd, solche Quests zu machen, wo man die Dinger nicht findet, ja? Es waren ja genug da, hier sind ja jetzt auch wieder welche Wir kriegen es nur einfach nicht geschissen Ja, wir schießen auch mit Säure Was war denn das jetzt? Ich habe das geheime Geheimversteck gefunden Oh yeah Oh Oh Nein, 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 nein! It's a trap! Frierender Psychopath Frierender Psychopath, ja Machen wir doch mal ein bisschen Wärme hier Ich habe auch schon Flammenwaffen ausgepackt Was glotzt, ja, mein was nicht an? Das wird jetzt zum Gespäten Unglaublich So, finde das Waffenversteck des toten Banditen Er hat zwar nicht auf die, was, er hat zwar nichts auf Er hat es zwar nicht auf die Reihe bekommen, dich umzulegen und das gleich zweimal, aber eins muss man ihm lassen, er geht strategisch vor Christen Shotgun oder eine SMG SMG ist Mehrwert, Cash in a Tash Mir auch gedacht Cash in a Tash Für eine gute Sash Ja, ein bisschen Cash Hat man hier mal ein bisschen Flash? Was ist Flash denn? Ist das so eine neue Designer-Droge? Kennst du Flash Thompson? Ich kenn Flash Gordon Flash Gordon ist auch cool Sag mal, da oben kann man rauf Da waren wir wahrscheinlich schon, ne? Ja Wie blöd Sollen wir die optionale Quiz dann optional nebenbei machen? Ja, optional nebenbei, geh da mal hin irgendwie Dass wir hier nicht rumlaufen müssen und die Farmen müssen und X-Hast Dann nehmen wir jetzt nämlich irgendwie den Zug Na ja gut Dann laufen wir mal ein bisschen Ich will ganz gern so die, die Kamera so in die, in die Third-Person-Sicht schalten, damit man meinen Hut bewundern kann Ja Rams Was ist denn hier links? Was ist denn hier links? Was Charakter hat so leichte Zugungen wieder? Hier ist ne Stadt oder so Warte mal, ich da rein Oh Okay Ja, Dallok hat da unten echt schon was anderes gestartet hier, oder? Ne Das lenkt nicht ab von euren Machentaten Achso, ich dachte das wärst du, der hier so rumsnipert, aber das ist ja Mordecai, der leicht Verrückte So, es ist Zeit, dass wir unseren Zug erwischen Kann ja sein, dass die, kommt der eigentlich hier zu früh oder zu spät in Borderlands, der Zug So wie im echten Leben halt Wenn's nachher Bahn geht, haben wir noch ein paar Jahre Zeit mit Borderlands 3, sondern hier Die arbeiten ja schon dran Wäre die Bahn oder Borderlands? Borderlands Bis wir das durchgespielt haben, ist es schon draußen Wir können jetzt einmal hier, hier werden jetzt nochmal diese Wesen kommen Können wir das hier noch einmal versuchen Lock die mal neben so eine Feuermelone Hier schön locken, kommt mit Käfer Kannst die auch nach hier vorne bringen, genau Da, eine Einhändentantür, wow krass Injektieren Die injiziert man Eh Eh, bevor es kaputt geht, Mist, sie ist gestorben Aber hier hinten, wir haben noch einen großen Zum Teufel mit dir, Sigmund Freud, hat er gerufen Halt sie am Boden Ich glaube, wir sind korrodiert Schnauze, ja, okay Uh, nächstes Level Einen, so einen solchen Vogel bräuchte ich noch Triff dich mit Tina Achso Tiny Tina Das hier sieht auch nochmal gut aus, hier sind nochmal welche Unterwegs Hallo Hallo Guten Tag Möchtest du jemand mit uns spielen? Aber ich bin über den Sound gehören Old Man Johnsons Farm Da ist ein großer Ja, hier ist eine Schnell Und da mutiert einer Da ist die letzte Beches Beches Okay Peer denn hier ab? Oh, hier sind ein paar mehr gekommen, ne? Wir machen uns grad, wie wir dafür gewinnen Haut ab von der Farm Das war ja die ganze Farm von den Viechern Ich hab einen HP Das ist bisschen wenig, ne? Klassiker rufen So Ausgezeichnet Jetzt kommt zurück Hättest du gern? Na gut Hättest du gern? Wir haben was anderes zu tun, ja Einen Zug können wir dann noch erwischen Oh ja Wir werden los Ich bin unterwegs Catch a ride Scheint jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Part beendet habe oder nicht So Ich bin unterwegs ich bin unterwegs Ich bin unterwegs Und ich bin unterwegs Vielen Dank.